So, Mana-Tränke können zu ihm. So. Jetzt hat jeder Heiltränke irgendwo. Er hat jede Menge Mana-Tränke. Alles gut und schön. Wir können Quick-Safe machen. Das kann man nicht verletzt werden. Wir brauchen eine Nachkarteile. Wenn es noch nicht mehr funktioniert, findet ihr hier schon in einem Fals. Jetzt noch eine Nachkarteile in dieitle. Das für Sie sich alle colorful, das kann ich hier rechtzeitig tun. Wollt einen Daumen-Kette-Denken. Das kann ich dir bei deri Korteile bis zum Wäste. Das kann man sich nicht dafür reichen. Als ich sah nach dem Wäste. Das kann ich lieber nicht verletzt. Das kann ich nicht vorstellen. Das kann ich nicht zu tun. Das kann ich jetzt auch heute nicht. Ich habe heute wieder auf. Das kann ich jetzt selbstやって. Ich merke mich und liebe Säuber an. Das kann ich auch nicht. Gespräche sind meine Leute aber auch gerade nicht mehr. Oh, frische Retter. Hey, Jungs. Können die mal einer hauen? Okay, schade. So, wie gesagt, erst mal hier. Für ein bisschen Rambazamba sorgen. Wobei, ich werde das Übungsgelände erst mal bis zum Schluss ignorieren. Einfach nicht, dass ich das auch irgendwie noch brauche. Und ja, hier hinten ist ein Chaos-Gewölbe und ein Strong Chaos-Nest. Ja. 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 So. Jetzt mal müssen die hier weg. Das ging relativ schnell. Meine Arten sind unterteilt. Meine Arten sind unterteilt. Meine Arten sind unterteilt. So, machen wir alles hier nieder. Wir sind unterteilt. Meine Arten sind unterteilt. Die Arten sind unterteilt. Die Arten sind unterteilt. Oh, der macht Schaden. So, die Stadt ist hier nieder. Oh, ihr habt nicht mit uns gerechnet, was? Mecun ist stolz auf seine Kinder. Mecun ist stolz auf seine Kinder. Ja. Die Arten sind unterteilt. Die Arten sind unterteilt. Die Arten sind unterteilt. Wir haben einen Imperial-Spy, Great Chief. Lass uns ihn zu Wugnar mit seinem Report fliegen. Die Arten sind unterteilt. Die Arten sind unterteilt. Okay, jetzt müssen wir uns Steine wieder besorgen. Außer wir hätten genug Steine. Ja, wir haben genug Steine. Aber ganz ehrlich, jetzt machen wir noch die Chaos-Ears hier. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann von dem Übungsgelände aus Soldaten kommen, um unsere Katapulte anzugreifen. Also erstmal die hier wegmachen. Wir sind unterteilt. Hier sind sie. Das war noch 10.000. Also keine 10.000 mehr. 9.500. Und ja, ich zähle... gerade wirklich die Erfahrungspunkte, die wir noch brauchen. Weil ich halt wirklich gespannt bin, was passiert, wenn wir Level 10 erreichen. Ja, und ich bin, glaube ich, gewillt, heute in dieser Aufnahme-Session die Org-Kampagne abzuschließen. Weil viel ist es ja nicht mehr. Das sind ja nur wirklich diese Chaos-Ears hier, die Stadt und das Lager da oben. Hier sind sie. Hier sind sie. At last. At last. At last. So. Geld? Jetzt nur noch 8100. Ja, 2 Magma-Dämonen. Hey, noch mehr Steine. Ach komm, lass den Schamanen durch. Ein Himmelsdiadem. Hm. Keine Ahnung, was das Himmelsdiadem macht. Ja, da ihr habt genug Platz für die Steine, holt sie mal. Ja. 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 Ich hab wirklich keine Ahnung, was es mit dem Goblin-Geschäft und der Stadt auf sich haben soll. Kann man sich ehrlich zugeben. Are we going to raid this village? What are we going to do? What are we going to do? What are we going to raid this village? So, euch schick ich mal zum Nachfen. Oh. Oh. We've come across a human camp in the forest where they train their warriors. insatiable humans. Do they want more blood? I'll smash that hornets nest myself. We can't assault Wugner until human settlements in the area are destroyed. Gut, dass ich das nicht zerstört habe. Jetzt soll ich's zerstören. Imperial Guards are trying to burn down, oh catapult. Reckless humans ventured an attack. Let's have some fun. Jawohl. Are we going to raid this village? What are we going to do? Äh, sind die schon tot? Nein, die kommen erst jetzt. I'll do it. I'll do it.